Er gibt Dende den anderen Befehle und sammelt die amerikanischen Dragon Balls ein. Dann belebt Vegeta die Erde... Belebt die Erde klingt auch komisch, ne? Rekonstruiert die Erde per Wunsch und alle von Menschen in Buu getöteten Opfern werden wiederbelebt. Ja. Schön, dass er das gerade sagt. Selbst wenn wir von allen die Energie holen, wird es nicht reichen, das zu machen. Denn eigentlich war stärketechnisch die Ginkidama am Peak in Dragon Ball Z gegen Buu. Und trotzdem, obwohl er hier quasi von der Erde, von der Unterwelt, von der Totenwelt und so weiter, von überall Energie geholt, auch von Namek Energie geholt hat, viel mehr als die Erde Debs zu bieten hat, denkt Son Goku aus irgendwelchen Gründen in Dragon Ball Super oder die Autoren besser gesagt, dass es da immer noch sinnig wäre gegen Charaktere, die nochmal eine Million mal stärker als Buu sind, nochmal eine Ginkidama zu starten, die nicht annähernd so stark sein kann. Zum Beispiel im großen Turnier der Kraft gegen Jiren. Der würde nicht nochmal zig Trillionen mal stärker als hier, macht da einfach eine Ginkidama an diesem Ort, ich weiß gar nicht, wo er die Energie da überhaupt herholt für, und denkt, das würde was bringen. Es ist, gut, hat es ja auch nicht letztendlich, aber allein die Idee ist Kokolores. Ich liebe Super, trotz allem. Aber, äh. Ja, obwohl sie hier selbst noch Energie geben, siehste, normalerweise nimmst du ja so Energie, und zwar nur ein bisschen, aber hier haben sie ja noch extra Energie gespendet sogar. Aha. Äh, war die Super-Sache nicht irgendeine Zwischendimension? Du meinst das Turnier der Kraft oder Super als Story-Teil an sich? Aber nein. Dragon Ball Super ist die richtige, richtige Fortsetzung von Dragon Ball Z, und Dragon Ball GT ist einfach nur eine Elseworld-Geschichte. Zumindest. Äh, eigentlich war es das immer schon gewesen. Viele Fans wollten und dachten, es wäre, äh, kanonisch. War es aber in dem Sinne nie. Deswegen ist auch, dass Akira Toriyama das Wort ja an sich die benutzt hat, oder diesen Kontext den geschaffen hat, aber eigentlich war es immer klar. Und Dragon Ball Super contradiktet ja auch Dragon Ball GT einfach von Anfang an, eigentlich von Sekunde 1 schon. Ähm, sodass Dragon Ball GT danach gar nicht mehr möglich ist, weil es keinen Sinn mehr gibt und sich einfach unglaublich beißt. Also nein, Dragon Ball Super an sich ist schon dann die richtige Fortsetzung, wo ja auch Akira Toriyama aktiv mitgearbeitet hat. Bei GT hat er ja nur die Designs geliefert, wenn überhaupt. Ich glaube nicht mal da alle. Ich finde das süß, wie oben rechts die Kamera da läuft, als wenn es hier eine Videosequenz wäre. Was ja gar nicht so ist. Äh, super meinte ich. Und mir ist alles egal, ich mochte GT. Ich mochte GT irgendwie auch, irgendwie aber auch nicht. Also was das geilste an GT war, war sowieso Dragon Ball Super Saiyan 4 vom Design her mega, mega, mega geil. Ein paar Storys waren ganz cool, ein paar Gegner waren ganz cool. Ich fand die ganze Evil Shenlong Sache nicht so geil, von der Idee her schon. Aber vom Design her waren die alle, boah, schrecklich fand ich. Und Omega Shenlong war ganz, ich fand ich gar nicht hübsch. Also das ist so mein design-technisches Problem mit GT. Aber sonst war es okay. Aber ich kenne auch zugegebenerweise bloß die stark, stark, stark geschnittene und sensierte deutsche Fassung von GT. Ich habe nie die Originale gesehen. Ähm, aber ich glaube, kann man das jetzt in dem Sinne, das so sehr aufwerten würde, um das zu sagen, oha. Ja. Dito Shedrick, ich habe auch noch Daima gar nicht gesehen. Daima läuft ja schon seit zwei, drei Wochen auf Crunchyroll. Ich glaube, die erste Folge kam jetzt auch auf Netflix raus. Ich muss mal das mal angucken. Ich bin total interessiert daran tatsächlich. Weil es ja auch offiziell zum Kanon gehört. Also Dragon Ball Daima spielt, glaube ich, relativ kurz nach Dragon Ball Z mit Boo. Aber noch bevor Super anfängt. Also im Prinzip ist es schon passiert aus Dragon Ball Super Sicht. Aber es ist auch eine neue Geschichte, die, wie ich inzwischen weiß, auch den Demon Realm endlich mal kanonisch mit reinbringt. Was ich total geil finde. Ich habe immer schon gehofft, dass es in Super das kommt. Dass sie in Super sagen, wir gehen mal ins Dämonenreich und machen Dien da. Weil wir haben ja auch so viele Spiele, die diverse Dämonen aus Dragon Ball beleuchten und als Hauptkartere und Antagonisten auswählen. Denn ich dachte mir so, warum macht ihr das nicht im richtigen Dragon Ball Universum, im Hauptuniversum, in keiner Elseworlds Story. Finde ich total merkwürdig. Und jetzt endlich machen sie es. Leider aber auf dem Manuals Zwischending. Weil Daima ist ja eine abgeschlossene Sache mit 24, 26 Folgen, glaube ich, sind das. Und danach ist die Geschichte ja schon zu Ende. Und dann geht ja im Prinzip super weiter. Das heißt, was da ist, spielt in Super bisher keine Rolle. Vielleicht kommt es auch irgendwann. Ich hoffe es, aber ich bezweifle es irgendwie. Erste Folge gestern geschaut. Zweite ist auf Crunchyroll schon. Ja, meine ich ja. Zeit und so. Ja, ich habe bisher auch nur Gutes gehört über die Daima Sache tatsächlich. Obwohl viele anfangs skeptisch waren, ich selbst auch. Weil ich halt damit nichts anfangen muss, weil es wo nicht bietet hier Remake aussah irgendwo. Aber ja. Mal schauen. Hier, auch wie geht er, gefällt es besser. Wolf, ne? Kackene, wackeene Idee. Das Opening ist schön. Das kenne ich schon. Ja, das ist gut. Das ging gar nicht so schnell. Die haben noch Hürden überwinden müssen beim Sammeln der Magida Gigi. Da war auch kaum schon. Das Spiel mag ja echt wirklich verehrt von allen Leuten jetzt schon, sei uns das meistverkaufte Dragonball-Spiel überhaupt. Aber die Story-Präsentation ist einfach grottig. Ist einfach so. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. Oh, was? Der ist doch eigentlich so im Son-Go-Ted-and-Trunks-Format. Der ist ja riesigen Pratsschädel. Alter. Der böse Magin-Buru wird von der Gigi-Dama bezwungen. Son-Go-Kun bla bla bla. All ihre Freunde kommen, um sie zu begrüßen. Ist ja normal. Happy Ending. Auch ihre Familien. Tschitsi. Kennst du sie noch, Son-Go-Kun? Ist deine Frau? Ja, nur was esst natürlich. Ist klar. Son-Go-Kun lebt wieder und hat Bube siegt. Nun kehrt er in seinem Leben als Familienvater zurück. Oder auch nicht. Zumindest was den Vater angeht. Da streiten sich ja auch die Geistern. Uh, Charakter verfügbar. Uh, aus GT. Offenbar war mein Charakter-Rooster, was ich noch nicht auswählen wollte, noch gar nicht vollständig. Wenn ich jetzt noch Dinge freispielen kann. Das wusste ich nicht. Geilo. Jetzt kommt Dragon Ball Super-Content. Na, geht doch. Na, geht doch. Ich hab's gehofft. Wäre schön, wenn dieser Bereich ein bisschen mehr ausanimiert wäre. Weil, wie gesagt, beim letzten Mal schon, es gibt, soweit ich weiß, noch kein Dragon Ball Spiel, was die Dragon Ball Super Story wirklich abhandelt. Also gut abhandelt. Wie es halt Millionen Dragon Ball Spiele schon mit Dragon Ball Z gemacht haben. Wobei ich mir nicht sicher bin, was bei Dragon Ball Kakarot an DLCs. Ich weiß nicht, es gibt da Super-DLCs. Ich weiß aber nicht, wie das in Szene gesetzt wurde. Oder wie weit die da sind. Gut, da wurde es aber, glaube ich, schon gemacht. Aber trotz allem, das wäre halt ein Originalspiel in dem Sinne. Es war dann ja kein DLC. Also wäre schon geil, das endlich mal richtig nacherleben zu können. Darauf warte ich noch. Das wird hier auch nicht passieren. Davon gehe ich ganz stark aus. Aber es muss auch mal gemacht werden, langsam. Äh. Start. Achso, gerückt halten. Wusste ich. Wusste ich. Hammer Animation. Son Goku wurde durch seinen Kampf mit Majin Buu wiederbelebt. Er bringt nun seine Tage mit Training, der wieder noch stärker wird. Ich frage mich ja auch, ob Dragon Ball Daima in näher Zukunft irgendwie eingearbeitet wird. Denn da muss man ja die ganzen Karte-Modelle auch auf Kid-Kinderniveau runterschrumpfen. Was auch total cool wäre. Weil man ja auch seit Ewigkeiten ein Dragon Ball Classic irgendwie haben möchte. Was dann ein Stück weit mit einfließen würde. Aber das dauert wieder alles. Bei Dragon Ball dauert alles so lange. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich weiß schon, was da los ist. Hinterkulissen, rechte Streits und sowas. Alles und wer was wie wo. Aber es ist unmöglich eigentlich mit einer so einer tollen großen IP. Doch wen wartet ein neuer und noch mächtigerer Gegner? Nämlich der rechtste, der komischen Frisur. Während Son Goku's Training erscheint bei Bulmaske-Burztags-Party der Gott der Zerstörung, Beerus, nicht Bills. Der offenbar einen Super-Sergeant-Gott sucht. Offensichtlich, ist ja klar. Niemand hat gegen Beerus eine Chance, da er die Macht besitzt, alles zu zerstören. Was für eine bescheuerte Begründung. Ich meine, legit, aber... Boah. Ah ja, okay. Wir sehen nicht meinen ersten Kampf mit Son Goku. Gegen Beerus wurde ablust. Wir gehen direkt zum Super-Sergeant-Gott, also zum Ende des Films läuft. Shadow, Douglas, hey, ich hoffe, ihr geht's gut. Ey, meine Locken, was soll denn das? Klauen wir nicht, meine Locken. Mit Hilfe von Familie und Freunden erwacht Son Goku als Super-Sergeant-Gott und nimmt das Schicksal der Erde in seine Hände, als er Beerus gegenüber tritt. Ey, Bills, Bills war die Übersetzung... Des Namens, bevor er es offiziell rausgekommen hat und in Deutsch ist richtig schlecht übersetzt, das Ganze auch. Lenny, dunkle Grüße, wir trinken was für Lenny. Wie geht's? Dir. Hast du deine Geburtstagsfeiertage gut verbracht, trotz einer Sache, die abgesagt wurde? Hm, ich bin voll traurig, deswegen. Gut und dir geht so, ehrlich gesagt. Ich war ja gestern heute wieder arbeiten und ich stehe ganz schön neben mir. Also ich muss sagen, ja, sind hier leider alle krank, außer ich. Ach, 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 okay, krass. Nee, ich bin nur dann auch tatsächlich der Meinung, ich gehe morgen früh, wenn es mir ähnlich geht wie heute Morgen, wieder zum Arzt. Ich bin wohl doch zu früh zur Arbeit gegangen, das ist krass, ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Am Wochenende, ich meine, leider Husten ist da und so weiter, aber das, obwohl es am Arbeiten gerade super, super wenig anstrengend ist und wenig zu tun ist und keine Ahnung was. Ich war fix und alle. Ich kam heute zum Frühdienst, ich war da schon durch. Ich glaube, ich packe das morgen nicht nochmal und freue mich auf das Gefühl, es ist wieder schlimmer geworden als über den Tag. Ich kann zwar einigermaßen gut reden, die Stimme ist gerade nicht so krass belegt, aber der Husten ist halt... Ach, das ist halt wie es ist, ne? Aber das Schlappheitsgefühl, das, 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 nicht richtig, ähm, die Wahrnehmung ist sowieso getrübt irgendwie, das ist ganz schlimm, so kann und will ich eigentlich arbeiten gehen. Äh, ich dachte schon, ich kippe heute um auf der Arbeit, ich habe ja auch oft hinsetzen müssen natürlich, statt zu stehen, also, ich glaube, ich muss morgen nochmal zum Arzt, ja. Aber sonst, sonst geht's gut. Ich mag seine Stimme auf, äh, japanisch, von Virus. Wobei ich zu tatsächlich sagen muss, ich bin ja alles andere als ein Fan der englischen Synchro von Dragon Ball generell, die ist einfach mega, 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 mega kacke. Aber Virus klingt in allen Sprachen geil, japanisch, englisch und deutsch, ich mag seine Stimme jedes Mal, ist auch mega, geile Charakter, ich, ich liebe ihn als Charakter total, jetzt. Einfach OP, aber super lustig und, erste Katze, verdammt, erste Katze, geil. Ich will auch krank sein, sagt nicht so laut, Lenny. Aber du bilden so ein Turm, wo ich zu Hause bleiben kann, PC spielen kann, ja. Ja, so eine Krankheit wünscht sich, glaube ich, jeder Gamer, ne. Geht ja bei mir auch inzwischen einigermaßen. Das ist dann okay, aber wenn man halt wirklich eine Woche davor mit krassen Symptomen eigentlich nur flach liegt, wie es bei mir war, ist das auch wieder nicht so geil. Aber ja, ich, ich, ich kann diesen Wunsch nachvollziehen. Son Goku wurde zu Boden geschlagen, ist aber noch nicht erledigt. Mit all seinem Kampfes Willen steht er auf, um Bills erneut entgegenzutreten. Ich war doch gerade schon Super Saiyan, was los? Also, Angriff, Rückzug, Angriff, Angriff. Ja, lass uns anmerken, Virus, ist okay. sei nicht zu zerstörerisch gott kam ja eine götter kann auch die götter können wir fehlen es aussieht läuft okay bist du jetzt wieder deswegen gleich darf ich geblockt spielt ja oder was auch damit ich mag das nicht dass du weh steht er sein bein gehoben einfach wie so ein hund und hat er einfach mal das gibt es ja gar nicht schon lange auge aktivieren was da sein soll aber noch mal war läuft gott einschlag nächster versuch alter ich weiß nicht was wir zu tun bringt und war nicht aktivieren kann weil irgendwie gibt es bei mancher tag geht einfach immer werfen bitte alter dass wir werfen ja da werfen wir ihn ins wasser katz zum bögen kein wasser das ist ein typen wie bei sonic nur es soll ich niegelt und keine katze okay scheiße gibt es doch nicht wusch ausgeblichen ich hasse ihn ich hab glaube ich das gefühl wenn ich will ich rechtzeitig aus ablocken drücke jaha dank meint auch die deportationsangriff ich habe mir zwei sowas hinbekommen es gibt ja gar nicht stellen bitte noch mal jetzt schreit again auf der fahrheit gehört hat alles nicht gut als kai tut weh da teleportiert ich bin auch so gott einschlag zweck ich werde ja nicht scheiße bist du denn komm her hier komm schon da habe ich endlich mal getroffen und der effekt war spürbar unterwältigend sehr gut gott kamehame der mit man versucht werde ich wollte damit blocken was gegen ich shit alter dem auch mit hk ist voll overpowered das ding götter fesseln bitte einmal was macht das ein geiler aber macht das aber ich weiß nicht was es mir bringt aber schauer gesagt auf dem das bin ich unter wasser und trotzdem so die halbe erde geflogen aber voll vorbei natürlich war ja klar ja er ist reingelaufen ich dann auszuweichen so gehört sie dass ich da ich sehe ich schon wieder da das so viel leben natürlich doch ich bin ich kann ouch zu spät gelockt ja treffer 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 sorry virus aber das muss das hat der ding geblockt erlebensberg ist tot alter muss die kampf gewinnt ist ja ähnlich hart wie der usaku kampf damals ich habe die mission abgeschlossen also ich glaube ich habe gewonnen son google wird gemacht das gottes der zerstörung bezwungen und das schicksal der erde die zu staub wird ist besiegelt auch eine tolle feststellung wahnsinn ja wo ich kann ich mal auf leichter wiederholen ok alter virus kann ich auch so was aber ich treffe du nicht das ist ja so ein ding bist du hola hey ich habe trotz ausweichen gottes sturm kamehameha kommt bitte trifft bitte trifft das kriege ich ja getroffen geht doch hätte ich ja vorher schon lange aber noch gehabt er wäre noch krasser geworden aber folgt nicht sein hau habe ich hier die spiel nicht gut bin ich in diesem spiel in diesem spiel generell xinoverse und kaka was als zweiter geht es war was anderes aber das ist jetzt der richtige kampf spiel da bin ich einfach nicht mich ist aber nicht mein ding kamino 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 ja ich will das spiel sehr gut aber nicht in fighting games das ist aber ich meine stärke feide games und japan rons sind beides meine achribüsversen gaming technisch schädlung aura und kamehameha gottes sturm h griff bitte ja wir zeigen es bei weniger ich glaube ich war auch hinweg stirbt verreckt lord virus aber mit liebe bitte ob ich mal fix das energie weil sie aufliegt wenn er macht ich habe der palierplatz zu ihm das war viel langsamer ja ja awesome das läuft diesmal können wir noch mal diesen hier sind gut bitte damit leicht vorbeigezischt dafür mit schmackes bist du denn mal ich hau drauf zwei schläge dann blockt er irgendwie in haut zurück und konnte ich weiß nicht ich da was machen kann ich weiß wie mit 30 klicken aber ich bin natürlich ich kann gerade doch nichts machen was was alter ich war völlig handlungsunfähig ich habe alles gedrückt hier ist es nichts passiert alter wieso ich war das gut dabei ist halt ein krasser charakter stärke mäßig aber ich muss trotzdem sagen gegen usa rubiet habe ich mich hoffnungslos akzeptiert das geht trotzdem irgendwie noch oder warum da kein zeug aber 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 ach man blödes teleportiere hier versuch es mal wieder damit ja was geblockt nein was was darf er nicht blocken dürfen können alter ich versiege dich gleich du gott mit meiner gott siegel sache was immer die macht ich habe bekommen ausfinden können ich finde sie wie anhäherlich auch ich finde es anhäher wenn ich tatsächlich nicht treffe als wenn das den block dafür tut man sich doof wirklich doof gottes sturm ich trete habe gesehen bis nicht mich trittst du nicht noch einmal mit kamehameh diesmal ja ja aber nicht so stark gewesen aber auch diese ohne stellung aua kommt doch zeigt die spieler bayblade schon lange war es ja nicht wirklich zu machen ok cool also nur hd gekürzt einfach mal das war immer voll aufladen was die grausfrau ich glaube ist der easy cheat mode so win da war ich dann wie die aus da ist das wieder ok ich habe mich getäuscht das geht doch mal hier und das gott ist ein schlag es gibt doch nicht block 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 ich bin gerade voll gelähmt nicht voll nicht gut ja ist ja auch die aufladung noch mehr an auflacht also auch dazu was du drücken seine katzen haben meine zungen angegriffen das war ein cheat code von ihm jetzt aber gleich haben wir ihn ja noch ein ach ja noch ein liebensbalg ich halte nicht aus trotz allem es ist offenbar gut mit dem angriff machbar aber nicht du mir ich fack es macht sich als auf einmal der typ ne ich hab aber war nicht eben mit dem kampf davor weiter runter mit ihr leben das ist auch nicht passiert komisch was was muss die zeit des kampfes abgelaufen ist quasi kann auch sein auch relevant für die elseworld stories ich hier machen kann nämlich an obwohl es dann gut nicht gewonnen hat macht sein versuch eindruck virus und seine gefährten sein gefährdet zieht ab oder die erste oder die erste zu verstören kurzzeit später trainieren wir geht dazu mit wies bilds virus diener der außerdem noch ein lehrer ist wow was für ne alter wer schreibt die texte hier beide wecken ihre super saiyajin gott super saiyajin form und ihre unglaubliche kraft super saiyajin gott so blue zurück auf der erde wurde freezer jedoch von den dragonbots wiederbelebt oh oh und bringt eine armee zur erde um sich an son goku zu rächen das ist eine armee nee warte das ist meine armee ganz schön klein son gohan versucht freezer aufzuhalten kann es als erneuer und erhöhten stärke nicht aufnehmen weil er sich für was war es drei wochen drei tage zum training zurückgezogen hat was bringt was als bulmas notruf son goku und der vegeta erreicht ist piccolo bereits tot stimmt doch gar nicht und für son gohan sieht es auch nicht besser aus stimmt doch gar nicht piccolo ist nicht gestorben gegen freezer da die erde jedoch zu weitermalität entfernt ist auf dem sich son gokus weiter befindet um ki zu spüren kann er sich nicht per teleportation hin teleportieren doch als er dort scheint nimmt son gohan den letzten rest seiner kraft zusammen um sein ki zu verstärken und son goku kann ich schließlich noch aufspielen und sich hin porten per teleportation tritt der freezer noch einmal gegenüber diesmal aber viel krasser als zuvor ich muss los wer schreibt die texte wer hat die übersetzt welche pfeife waren das oder es war von vornherein dumm geschrieben das kann auch sein sollte er wirklich ich will jetzt liebe leute klingeling kommt noch was schön was seine mami irgendwas mit seiner mami und massaker echt der freezer ist ganz fies das ist irgendwas gegräule ist ja gar nicht golden ok aber er macht trotzdem viele sachen mit mir drachenexplosionen wenn du hier bist ich sie aufs gesicht komm mal ran du hast du lange gebraucht jetzt gibt es doch was krass was würde ich sagen nämlich mich als super seiten blue super seiten gott super feiert limitbrecher kamehameha mit gott focus feierabend lörg alles klar dankeschön viel spaß im feierabend danke für den lörg bester mann vergesst dich liebe leute auch was nein mal bei schädig rein zu gucken die hat auch demnächst sein sein die nächste wann genau sein 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 spenden stream war es der 10.11 nee hier war es gewesen das weiß ich noch oh nein hör auf mit ding in freezer nicht so gut komm schon gott kamehameha ja in der goldene visage musik auch noch mal schön ja block das ruhig nimm das so es wird wirklich vergessen nächster muss das drücken wie doof aber nein du musst das glückteilt an der stelle kajokin kann er noch gar nicht an der stelle des spiels ähm der story aber ist egal mach was ehrlich jetzt schon wieder geblockt kommt schon finde ich nicht gut so was vorbeigeboost ach scheiße dann reicht es mir schon wieder kommt kann ich jetzt aussieht an der kampf in der spiele von probis gespielt online die sich nicht so unbeuglich anstellen alter auf damit alter auf damit ich habe ja nicht zu ne das 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 ja auf die ja perfekt bis ich habe ich verloren ich weiß nicht ob man die kämpfer gewinnen kann ob man die geht aber wenn man schnell glück ist und glück ist aber ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung aber dass ich quint